Hallo DWZ-Fans, ich bin's, Jan Philipp und ich bin auf der Gamescom 2016. Das ist der allererste Tag, heute Mittwoch. Und hier sind heute nur Menschen, die entweder A wie ich einen Presseausweis haben oder aber einen Blog im Internet betreiben, YouTube-Stars sind oder sonst irgendwie Fame und sich einen Ausweis klar gemacht haben. Ich schaue mir heute die Messe an, ist noch nicht ganz so viel los. Morgen kommen ja erst die ganzen normalen Besucher. Und ich bin für euch. Die ganze Woche hier in Köln auf der Gamescom 2016 und freue mich. Wir gehen jetzt einfach mal durch die Hallen durch und gucken uns mal alles erstmal an. Bis zum nächsten Mal. Every time I see you, I get a bad mind Living in someone else, you're a stupid ass And I know you try to be bad Living in someone else, you're a stupid ass Living in someone else, you're a stupid ass Das ist sie also, die Gamescom 2016, unfassbar groß, voll viele Hallen, voll viele Aussteller, jede Menge Spiele, jede Menge Games Ich habe, glaube ich, immer noch nicht alles gesehen, aber ich bin ja zum Glück die ganze Woche in Köln für euch Das war der erste Tag hier von der Köln Messe Ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht, ich hoffe, ihr habt einen ersten kleinen Eindruck bekommen Und dann werden wir auf jeden Fall den nächsten Tag noch viel mehr sehen Die Trends der Messe sind auf jeden Fall, hat sich schon abgezeichnet, VR, also Virtual Reality Das ist hier ganz groß Aber eben auch Sachen, die man spielen kann, die nicht unbedingt was mit Computer zu tun haben, sind hier angesagt Ach, diese Gamescom, sie wird uns noch sehr viel Spaß machen die nächsten Tage Ich bin sehr gespannt Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch ein Gefällt mir oder ein Herzchen Ansonsten, bis morgen Beste Zeitung Das ist nett DWZ ist die beste Zeitung dieser Welt, weil sie mir so gut gefällt Ich habe es mal noch nicht gelesen, das ist mir geil DWZ ist wunderbar, uh Dankeschön